Moin Moin, ihr Kleingobis. Moin Moin Moin. So, heute Abend Stream. Hoffentlich wird's besser als gestern, sonst krieg's ne komplette Macke. Sonst ist echt Ende im Gelände, im Gehäuse und in alles mögliche. Also, please. Da guckt der Jeremy zu. Ich merk' ja schon, ich merk' ja schon. Oder muss los? So ist schwa... Der Skin ist echt nicht ganz nice, aber... I don't really know, boy! Komm, bis eh die fertig ist, mach' ich eine Runde Solo. So. Und pushen wir Tilted, ne? Natürlich, wenn man einen Win heute holen will, muss man natürlich Tilted pushen, ne? Man kennt's auch nicht anders. Aha. Ich merk' schon, der Plotster ist ein ganz lieber. Der Plotster ist ein ganz, ganz lieber. Und i bims 1k. Let's fucking go, boy! Heute Morgen... Also, Jeremy, du hast ihn schon mal nicht gesehen. Heute Morgen... Ich hab' so schlecht gespielt, ich glaub' ich wär' nie so schlecht gespielt. Da war mein allererstes Game Fortnite besser als heute Morgen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist einfach nur anders schlimm. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur schon traurig. Das war einfach nur traurig. Let's go. Eine Runde Tilted pushen, dann zeig' ich mal du aus, wenn's geht. Baum, ba dumm, ba dumm, ba dumm, ba dumm, ba dumm. Mal gucken. It's golden Tilted. 3 kills, komm. Let's go. Wolltland ja übelst gut. Die Zuschauer sind nicht so gut. Seit wann bin ich so eine Legende? Spaß. Spaß. Spaß, Usas. Haben sie jetzt Spaß mit Usas. Boah, ist keiner in Main? Als Oppi-Oppi. Als Oppi-Oppi keiner in Main ist. Die wollen wir doch alle Hops nehmen. Bestes Aim. Ich merk' schon. 100er Prezi. Oh, ein Geschenk. Ein Usas-Geschenk. Jo. Usas-Geschenk. Usas-Geschenk. Schmeckt. Was mach' ich jetzt nicht? Ist ja da hinten, dann will er mich komplett auf den Kopf, auf den Kopf lehnen. So. Ach komm. Also einer ist in Bricks. Ach, da hinten ist noch einer, bei Tank ist noch einer. Also bei Fake Bricks, bei Tank ist jetzt insgesamt nur 4 Leute in Tilted gelandet. Ist das denn ernst? 4 Leute in whole Tilted Towers, boy? 4 Leute in Tilted. 6 Leute in Tilted Tilted Tilted. Irgendwo ist jetzt der Steepi? Boah Digga, es schreckt mich nicht so. Von wo denn? Ach da. Ja, perfekt. So, ja. Was ist das? Oh mein Gott, man, ich war viel zu langsam, Bruder muss los, nein, haha, nein. Das war's, haben wir da komplett. Irgendwas ist mit diesen Typen los, Mann. Will er mich komplett hops nehmen. Ja, moine, ich will Gruppenkeile. Wer spielt bitte Gruppenkeile? Wer spielt bitte Gruppenkeile? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, Mann. Okay, noch 19. Eli? EÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ extrem auf youtube ist gut oder ja perfekte ist jetzt john wick trott gott machen oder was wir machen jetzt wirklich diese roads to 10 kills oder so kennt man das noch nie anders der forscher tiltet und ungelogen da waren vielleicht zwei leute also das haben wir da waren vier leute waren in ganz zeltet alles klar ist da so weißt du was wir machen wir machen kaboom kaboom jetzt kommt kaboom den uhronkel das machen die alles klar kaboom 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 äh paradies palms ok da kann man auch gut kaboom machen da muss man ein bisschen was machen in paradise oder in wailing woods in paradise und wailing woods ach so bruh ja klar da kann man auch mehr kaboom machen weil da jetzt mehr leute sind also sind die viele jo das ist ziltet ja ja kaboom ist halt road to 10 kills die meinten ja gestern road to 80er bombe unter anderem bei mir ist einer ich hab keine waffe also ah jetzt hab ich wow oh mein gott das ist so gesaved ne ich hab 7 hp okay das ist einfach so es war ja ein ein blumen battle war meine granate ich bin dumm im anderen hausten welche hast du irgendwelche waffe als nur eine sturmgewehr da ich bin schon gegangen vorne ok ich brauche unbedingt andere waffe ich höre den ich höre den ich höre den das ist ein chest die muss ich öffnen ich muss die auch noch öffnen aber da ist er hab ihm einen hit gegeben hab ihn ja let's go äh hast du einen shotgun muni ich hab nur drei schuss äh ich hab nicht mal einen shotgun ja hast du damit ist der muni dafür du kannst mir recht was geben nein nein hab ich nicht hat der muni scheiß ne ne sturmgewehr ne ich habe neuliche antisturmgewehr oh hier sind taktische achso ja ok ich kann jetzt was geben mir danke ich habe ja oh mein Gott ja da snipe jemand oh ich habe auch ne sniper ey ich snipe den jetzt digga auf ganz behindert ja ich bin zu fett um die durchzukommen aber das war eine halbe automatisch ne oh nein ich hasse die er offen da oben ja daneben ja wo denn hat 21 immer so nun ich hab ein verband 0 von hinten 1 hp nein das ist 3 hp also 2 3 ja die sind ja die sind ich geh in tauch rein oh ok oh mann ja 2 kills 2 kills ja ich hab ein ja ich hab ein ja perfekt ne jaja ja das ist schon mal das kann so gehabt boah ich hab grad die die schwierigste zell nicht fertig gemacht wie heißt spiele ein schön mit einem freund der b in die bahn ich wohne ist auch jetzt da macht der zkm und der bini bani boni bekanntschaft man kennt ihn bruder muss los also ich hatte meine edit ich hatte hier die thema ich sehe oh mein gott ok tilty towers sind alle geschnibbelt was der polar peak nein kommt aber da kann man keine 20 bob machen doch doch man muss da landen wir gehen alle hin muss da landen ja ja aber das ist so eine kleine stadt ich hasse dich pro der piek ja ich weiß da gibt es üblich ja noch 80 leute ja sei es gott könnte man sagen zu mir ist in der burg nein geht nicht zur burg ist auch geil von jene wie geht zu einer stadt um wir beide gehen auf der anderen seite kriegst du den ja ich gucke aus dem fenster raus ich bekomme ich komme zu dir auch im weg dahin sterbe dann ja weg geh weg habe ich habe einen genockt keine ahnung ist ja luchs roter luchs ungefähr ich werde ihn so finischen jetzt mit schlitter gemacht macht loser macht loser kommt er hatte nur scheiße oder ja in der burg oh mein gott ich muss ein blut haben machen sorry du musst unten aber das ist die einzigen weiten oder sind noch mehr aber ich habe drei gesehen die hier gelandet sind was du auf ganz hohe basis mich gesehen so hey pass auf bei dir ist einer guckt er dir immer noch zu ok das hat er nun dich gott nur zur hälfte looten weil ein ganz bestimmter mensch hier hilfe brauchte ich bin ich da noch mal kubo haben richtig gott kaputt gemacht mit den gegnern hier ist eine blaue pamp blaue schaut eine blaue schrotflinte ist doch gut ja meint ist das geilste aus der welt sich eine pamp und sonst nichts das ist deswegen das wir gucken wir es mal an die soll das thema fixen alter kommburg ich weiß auch wieder was wir gesehen habe man kann ja nicht mal normal durchlaufen okay ich wusste dass die buchse groß ist aber nicht so groß da ist richtig weit nach hinten ich war so ich weiß gar nicht wie man hochkommt ach hier ist ein treffchen du musst eine seilbahn nehmen aber nicht hoffentlich alles gut ich trinke ja ich habe auch ein keller ja okay ich habe auch ein keller stark oh mein gott und bruder hast du nicht gemacht es ist zu krass er lasse gucken wo die sind ja ich habe schon getrunken ja kannst du beide nehmen können dir oh mein gott oh mein gott ich habe eine heruntergefallen schade war dahinten ich habe zu paranoie runter zu fallen aber man kriegt gerne gar keine metz hier oben polar peak dein gefühlter lieblingsort muss in irgendein haus gehen und alles abbauen ja stein fahren oder was die scheiße du bist gar nicht bei der hälfte hallo karl hier ist mein balkon hallo 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 oh mein gott denn drei kilometer balkon wir kommen jetzt wirklich noch so zehn meter man hört denn hier auch zone zone wird komplett auseinander nehmen oh mein gott ich werde sterben warum das gibt es in fordnet wirklich bayern thaler ist gestorben durch höhenangst wie gehst du runter wie gehst du runter wie gehst du runter zu sterben ja ich bin noch am ende des mag ich habe sie runterkommen ja ich frage mich auch ich bin das ich habe das nie geschafft ich bin tot nicht der scheiß ernst alter 79 meter da kann man ich komme ich komme ich kann ich gar nicht Ich hab ein Big-Niss und ein Mad-Kill. Aber renn einfach, okay? Einfach renn. Ich renn instant. Ich hab gar keine... Digger, ich hab grad all meine Materialien verbraucht, um hier runterzukommen. Also zum Glück hattest du so viele, Junge. Ich hätte lieber hier keine Mad-Kill gehabt und mir runtergeknatscht. Nee, ich werd nochmal verrecken. Auf Ansage. Auf Ansage. Todes-Ansage. Oder? Oh, das wird knapp. Das schaffst du kommen. Du hast die Mosti. Hast du nicht irgendwie... Nein, ich hab... Ja... Ähm, Dings hier... Lass du dich einfach... Nein, lass du dich nochmal extra verrecken. Ja, stimmt schon. Du, dich, dich. Ja, okay. Aber bau zu. Davor, oder heute Morgen, ich hab mir... Ich hab mir Minis gegönnt und er hat mir heute wieder Diegel einen Headshot gegeben, weil ich mich nicht eingebaut habe. Irgendwann. Bau zu. Äh. 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 Du hast auf einen Eis gesmiped. Äh. Genau. Äh. Äh. Warum markierst du? Äh. 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 Da ist hier irgendwo ein Auto, oder? Du hast gar keine Zeit, jetzt zu gucken. Oh mein Gott. Alter. Ja, das ist so ein Tötungs-Kommando. Links von uns wurde so heftig gebaut. Renn. Renn. Ah, fuck. Renn einfach, die sind immer noch da, ne? Die sind immer noch da, ne? Die sind ja irgendeine Seilbahnen, oder so. Bei Weckingerdorfen sind Seilbahnen. Ah, ne. Hättens Flugzeuge. Da hätten die Flugzeuge. Hier. Falls ihr noch... Ja, moin, Digga. Wenn wir das überleben, ne? Dann raste ich komplett aus. Wir werden sterben, Digga. Wir werden so sterben? Zumindest haben wir Schild. Geil, wir haben Schild, Digga. Ja, Mann. Oh, nein! Oh, ne. Digga, wir sind echt... Ey, Junge! Komm, ey. Ey, komm. Zur Behinderten, Alter. Ey, wenn es da kein Flugzeug gibt, dann... Ein blaues... Blaues... Ja. Wow. Was bringt dir das hier? Irgendwo Verbände, oder sowas. Ja, scheint nicht so, ne? Was ist da noch ein Flugzeug? Ist da noch ein Flugzeug? Bitte sag ja. Wenn da kein Flugzeug... Nein, das ist OG-Version. Da gibt's keine... Da gab's doch keine Flugzeuge. Ja, egal. Es gibt auch Boomboxen. Niko hat da oben, die haben... Niko hat da oben... Niko hat da oben Jumppad und Bouncepad. Die haben Jumppad und Bouncepad. Guck links von uns. Ja, komm, lass hoch. Ja, oh mein Gott! Wir haben so Glück! Jetzt sterb ich an der Zone. Alter, bitte. Ich hab 86 HP. Ich bin nur so, dass Jumppad nicht durch, außer den Unterfalle, Digga. Ich auch. Ich merk schon. Das haben wir überhaupt nicht gebracht. Ein bisschen. Sind da Verbände, oder so? Der war ein Scheißdreckiger. Ich hab... Ich hab leider das nicht hinbekommen. Verbände! Verbände! Jawohl! Oh mein Gott, du wärst sterben. Ja, ich muss die Usen! Mach schnell! Ja, das ist 15 Stück! Das sind 15 Stück! Oh mein Gott! Ja, okay, gut. Ich schaff's, glaube ich, noch ohne Schaden hier. Auch nicht. Oh mein Gott! Ich hab jetzt kurz ein paar Verbände gegeben. Hab jetzt 53 HP. Digga, guck mal. Wir sind Polar Peak gelandet, Alter. Wir mussten nicht... Denn wann ist die Zone in Junk Junction? Ja, gut. Ja, ich schaff's noch. Ich schaff's noch mit Verbänden. Nein, ich krieg Damage. Uh! Ja, wow! Du würdest dich hochheilen und verbänden, was schon armseilig ist. Oh, du kriegst, äh, 200 Ticks. Freilich. Nein, ich bin tot. Das ist ein Gegner, Digga. Ja, renn! Geh safe, geh safe. Geh safe. Camper war irgendwo, ist mir egal. Soll ich rennen? Ja, die machen mich fertig. Geh war ein Haus und Camper. Die sind... Aber haben die dich gesehen? Ja, die werden von der Seite abgefassen. Aber haben sie dich gesehen? Die haben mich, die haben auf mich geschossen. Ich hab Schild verloren, guck. Die Garde ist doch so ein Spaß, Alter. Ich geh jetzt einfach in die ganze... Digga, die Zone ist einfach in Junk Junction. No joke? Alter, halt dieses... Wir müssen rennen, ne? Es gibt noch zwei Verbände. Ich trinke jetzt erstmal einen Biggie. Ja. Ich hab noch... Nein! Nein. Die haben mich durch das Haus durchgehittet. Renn, renn zur Zone. Oh mein Gott. Du geh geh nicht. Ich renne einfach. Wir werden uns hören. Scheiße, Digga. Jolo. Die sind anders gut. Jolo Habibi. Ich hab's, ich hab's. Ich bin von dem weggekommen. Oh mein Gott, wir brauchen noch 8 Kills. Wir müssen jetzt alle holen. Ja. Es gibt gerade einen Blick auf die Kildzeuge. Jürgen? Ja man ja, ich hab's überlebt. Oh mein Gott! Ey, du hast doch 2 Biggies noch oder? Ja. Ne, ne ne, ne, ne. und ich habe dafür verbände wenn wir verwenden und das kann der gewinn links auf dem berg sind welche lasst irgendwo nach junction dahinten irgendwo hin und kärnten ja genau luther hier vorne blut job oh mein gott ist ein checker drin bitte sehr geil ich will mich zu feiern und alles ist nice sniper sniper medkit ja sehr gut ich habe keine materialien weg ich habe 28 wir haben ein bisschen wir müssen irgendwelche gegner ist man ja einfach ein erst mal und ja ich vom berg kämpfen euch mit denen aus plessend aber sonst keine sind die kann auch kämpfen hatte ich geh hinter den truck und heil mich jetzt noch ich gehe da rein und guck da hinten kommt die kommt von da wo wir gerade eben waren die snapen gerade auf die vom berg aber gehen unsere richtung oh mein gott egal mein puls alter soll ich noch ein bg trinken oder 75 gut ich weiß nicht hat die vier beide ok komm es ist noch klappen der zone da kommen dass wir bleiben lassen ich muss anders wissen ich auch warte kommen wo ich bin und dass wir hier Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Karl Moin 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 Die da hinten sind gerade beim Loot Shop Also ungefähr da muss ich jemanden Warst du schon prüsten? Nein, 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 nicht chill Die Runde geht noch Da hinten bei Ich komm Das würde Da sind Gegner Da Da sind die beiden Vor uns direkt Vor uns direkt Ja, da vorne halt Und da links sind Hast du Schnappharmonie, wenn du nicht brauchst? Ja, hier acht ein Stück Da hinten sind Da hätte es noch einer Ähm Warte ich hier ungefähr Da auf dem Berg Da sind noch 1 oder 2 Liga zu uns pushen Aber die uns nicht gesehen haben Alles gut Solange sie nicht wissen Oh wir sind Von irgendwo Ja 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 Von Berg Junge, was geht hier ab? Was ist los? Psychisch! Ich hab gar keine Ahnung. Okay, ich hab den einen noch auf 110 headgegeben, aber alter! Wozu war B hat der eine? Und der andere hat einen, das ist... Was ist mit denen falsch, alter, okay! Okay, komm! Nächste Runde. Alter, Janni, gespielt, man! Junge, das ist alles passiert! Fischisch ging da ab, Digga! Oh mein Gott! Alter! Was zur Hölle! Was zur Hölle ging da ab, Junge! So? Alter, ich hab da geschrieben, mach mehr mit Jan! Durch und mehr mit Jan! Die Hacker-Videos! Ich weiß, eins! Leute! Ähm, dann! Doch, ich stehe doch klar! Aber... Hallöchen! Kupöchen! Wir gehen jetzt nicht nach Polar Peak! Guter! Und ja! Roll, Bratan, Roll! 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 Roll, Bratan, Roll! Hä? Ach so, dann Lukas ist jetzt auch noch da! Ich merke schon! Aha! Wer ist denn da? Wer ist denn da? Nein, nein! Ich lese gerade Comments vor! Ja, Digga! Pech ist halt wirklich da gewesen, ne? Ah! Das war so scheiße! Auf einmal waren da so 20 Leute! Das war halt so komisch! Ist das schon? Irgendwie? Strange! Jetzt dachten wir richtig Kaboom! Aber wir haben gut gespielt! Kein Vorwand! Ähm, Salty? Oder... Teal-Ted-Towers? Salty oder Teal-Ted-Towers? Keine Ahnung! Salty kommen! Salty Springs, Bro! Brasch! Äh, zwei Teams kommen noch! Oh Gott, ich... Ich glaube... Einer geht zur... zum großen Berg! Es sind... Es sind... Es sind... Es sind... Es sind sogar drei Teams! Jawohl! Ich habe eine Pump, nice! Komm zu mir, wenn es geht! Oh, Granite Longtown, wie ist denn? Ja, komm zu mir! Ich habe eine... Ich habe einen Partner nicht da! Hast du auch einen Mini? Äh... Nein, noch nicht! Ich habe bisher nur eine Pump und vier Pump-Schüsse! Wo muss man eine Chest? Ich hole mir schnell die Chest! Alter, ich habe nur eine Waffe! Ich habe ein Salven-Stunngewehr! Ich habe mir irgendeine Stimme mehr geben! Dann nehme ich eine Salven! Ich nehme... Dann nehme ich eine Salve! Ich habe dann nur eine Pump! Danke schön! Jetzt gehe kurz hier hin, aber warte! Am Berg war einer! Äh... Was für am Berg? Auf dem Berg! Ja, ja! Da hinten im Kleinhaus sind welcher! Ja, da direkt vor uns! Wo? Oh! 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 Ja, bei der Tank sind jetzt... Hier vorne Richtung... Richtung Kleines Haus-Gemacher... Ja, der war so im Eis... Äh, ey... Unbeautet... Es geht mit in der Jumped... Der hat ein 20-er Head... Nice! Die kommen nicht zu uns! Wollen wir aufpushen gehen? Hast du Jumped? Nein, aber wie kannst du sagen... Ja, dann direkt da waren... Ja, ich kann nicht... Ich kann nichts tun! Ich habe nur eine Pump! er ist der beste spieler der welt aber er ist dumm dass er nicht gut er ist runtergefallen er kommt jetzt habe ich ihn mann warum so assozial immer rosa doch doch nicht auch mann digga so assi alles klar digga das hast du da komplett lass normal du es zocken ich krieg aids wenn ich hier normal so zocke lass bitte normal zocken ok 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 hiatisch aha redest du gar nicht mehr jetzt ah ja kabumm jetzt hast du mir doch ein save win gehen und es macht sich richtig kabumm auf meinen schreibtisch ok ok alles was ist mit tifu hat 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 man ich kann nicht mehr hätten man ich bin ich kann nicht mehr hätten geht doch die gehen jetzt hierhin der wäder marker ist put in okay dann gehe ich dahin ist okay wenn ich hierhin gehe ja dankeschön lasst mal hierhin gehen ein team kommt noch sie gehen auf den berg da hinten wie geht denn jetzt auf den berg da drüben man es ist ja keine ahnung was schon berg aber kein guter da willst du nicht zu disco gehen danke dafür das ist geil danke dass du mir die disco überlassen hast oh mein gott hier fast direkt ich habe eine diegel hier ist eine graue smg als du willst eine graue eine graue mg ja ja man wow geil ne diegel geilo geilo kailos aha interessant ne diegel aber keine pump nice die mucke ist geil ich hab zwei minis und ein und ich hab ja auch ich hab zwei minis und ein großen fetten fruchtbaren schild für dich ein fruchtbaren was schild ein großes schild sogar zwei große fruchtbare schilde iens hier ist naja dankeschön altreschzenlut ströcker klater montage an die outs schuld 84 musik kiss wer nein okay die runde mit so abriss die zone nicht ist hier wieder jetzt kommt hier sind der block da vorne beim berg waren davor welche gelandet ich glaube jetzt auch in der zone oder on the way to the zone hat eigentlich jetzt nur smg ok ich hatte gesagt dass ein aber indukt nicht passt schon das ist eine pump und ein sturmgewehr und minis haben wir ein mini verbände und ein bg ich habe fünf minis und drei biggys mit dem verbände haben ich muss den strommast kaputt machen ich auch tisch auf auf machst du unnötig lautstärke das ist so lächerlich gleich werden wir gesniped ich sag's dir und warum gibt es immer noch so eine so eine weihnachtsevent büsche wenn weihnachten vorbei ist man nicht kriegt eine krise ist so der bus ist auch noch weihnachtlich also lassen wir hier ein baden das ist ein ballon da vorne bei ja ich weiß was du meinst bei 120 zeitgekter mit ballons wollen wir die attackieren oder weil wir sich einfach in ruhe ihr leben da vorne mit ballons hatte da siehst du die doch okay die falle vorne vorne mit ballon schießen ein hit zwei hits ja pushen einfach und zwischendurch bisschen er denkt auch ich pique damit er in meine presse sein erst unten 68 was hab ihn ich muss schildes nehmen er hat somit ich habe fast gar nichts ja ich habe hier am ende ich werde die getroffen wo er schon tot war ich habe verbände noch okay gut ich nicht aber ich habe von jeder runde hast die zone uns gefüllt also recht zu nutzen noch zwei gegner er viel gegner meine sorry die aus viertel viel zeit nicht so tot sind und die von uns heute spring ja wie viel schaden die scheißzone macht es liegt so auf kann ich bisschen langsamer ticken wo ist sie jetzt wieder kummer wo die ist nein hatte vielleicht nur noch flugzeuge die torte bildet komplett hops nehmen und hast jetzt wissen metz für mich wir sind hier gelandet ist so und das fände block und das muss so was los ah hier noch flugzeug oh mein gott willst du fliegen oder oder jeder ein flugzeug kommen ok ab zur zone ui ui mama renn einfach zur zone ist mir egal greif keine gegner an die kann ich auch ganz kurz rein ballern alles gut ich flieg schon wieder weg oh mein gott einer will mich snipen oder muss los wurdest du angeballert ok hast du gequält aber es hat das wird geht und ich bin oder nimm du und du alles gut ich brauche nur menschen ich habe verwende ich habe verwende für dich hier auch verwende ich hier auch verwende mit sicher ich kann mir was geben ja ich habe 44 66 und 91 viel oder alter sehr viel das merkte ich ja da kommen irgendwelche das und ja fast mein ganzes holz gegeben dankeschön ernsthaft die ballern auf aus dem flugzeug aber lass sie ich bin ein bisschen fahren ich bin ein bisschen fahren wie viel hast du jetzt insgesamt 100 also 160 137 und 106 also von allen 100 ungefähr ich habe von holz 270 okay ich habe 250 ich habe 250 er tut auf unser näher nur tropft genau genau neben uns fast das zusammen hingehen komm hier vorne da ist er doch naja wer geht so nein nein hier ist auch einmal ich gehe hier hin du bist zusammen ja perfekt betten bei mir kommt ne minigang betten jetzt kommen zwei teams Flugzeuge 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 achso ja versteck dich irgendwo ich versteck mich in den Wolken ich habe mich gesehen ich habe mich gesehen die steigen aus für mich oder nein nein hätten wir nicht gesehen hätten wir nicht gesehen ich komme zu dir unten habe ich Zerhitz gegeben hat kein Schild oder kaum Schild hab deinen einmal gehittet denn das übel ist laut ich habe einen HP ich habe einen HP Bruder ich komme die streben dich ja ein HP geil geil oder der finisht der recht irgendwann jungen wasser zu spieler aber der eine muss der andere der beim wildband ich hab den so oft gehittet ja ich hab dann auch ein 68er und ein 33er ja wahrscheinlich der beste spieler der welt ok ja ich hab die spiel die bitte der andere wartet der andere der hat sich immer geil oh man alter immer wenn wir andere Leute gepusht haben haben wir gewonnen aber immer wenn Leute uns pushen verkacken wir warte ich komme sofort ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, der Typ 3D Pump ist nicht neu. Ja, so, die Pump, sie ist nicht neu, aber wenn man sagt Heavy Pump, dann ist es praktisch, könnte man verwechseln, was sie jetzt ist, deswegen sag ich mal die neue Pump. Genau, Jeremy. Oh, GG. Weil die Heavy Pump, also, wenn ich sage Heavy Pump, weiß man nicht, welche Pump man von den beiden meint, deswegen sag ich immer die, die, na? Ja. Alter, ich, die, 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 die neue Pump. Ähm, wo wollen wir hin? Pleasant? Ich muss noch 1500 Schaden an Gebäuden anrichten. Ja, ich auch. Äh, zwei Teams kommen noch? Ja. Ja. Ich hab ne graue taktische. Ich hab ne Heavy Shotgun. Feier euch nicht. Ja, wer ist halt der graue taktische. Ja, okay. Ähm, wenn du willst, willst du in meinem Haus? Ja. Welche? Blau Dschungel, äh, Seisen. Ja. Okay. Hinten in meinem blauen Haus und welcher? Ähm, Flugzeug. Hier vorne sind Gegner, ja, beim Flugzeug drinnen. Die sind ausgestiegen. Ich hab Mini hier. Ja, da haste ein Jagdgewehr. Hinten beim Haus piek, welche übelst dumm. Ja, grad eh hat er so dumm gepiekt, man. Headshot tot. Habe ich nen Headshot? Da ist noch einer. Einer ist da noch. Er guckt mir zu, warte. Okay, provozieren nicht. Nicht, dass wir Karma kassieren. Ah, fuck da war ein Baum zwischen. Ah, fuck da war ein Baum und zwischen. Ah fuck da war ein Baum und zwischendet. Ah fucks ich nüt. Als wir ne und dann schließen ich ihn an. Hab ihn genockt, hab ihn genockt. Der神ack acab regelt! ich wurde von irgendwo an gewallert haben wir gettet wenn wir ihn pushen einfach ich habe halt nur 50 meds ja komm 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 das pushen er ist anderslo hab ihn ja ich habe 200 haben wir plässen aufgeräumt ich habe die aber so hat mit dem jagdgewehr zerstört ja hier zerstört hatte dass der eine typ am anfang er hat er hat selber gespielt aber ist halt immer dann langsam nach vorne gelaufen hier ist ein blaues sturmgewehr falls du willst der halte der herrscher gegeben weil er nicht so krass war und der andere typ erst immer zur seite und dann nach oben lama ich habe lama erst immer zur seite gepiekt und dann vorne gepiekt und wurde vorne gepiekt das habe ich gewartet dann ist er zur seite gepiekt dann ist er geschossen als da so ein prädikt shot er ja warte ich mir kurz lama geschenkt hier ist ein schlöpfe da ist ein schlöpfe das hier soll ich jetzt 300 holz geben dann splitten splitten hier ist auch mal also immer die hälfte ja habe ich danke er hat so eine tolle auch wieder auge ich habe einen ballon weiß ich nicht er hat doch mal ganz kurz und dann habt ihr nur eine graue smg aber sonst ist eigentlich gut ich nicht alles ok ich habe noch eins laut frei also hatte ich mir ganz willst du noch in jakt wenn ich fliege hast du müssen ja ja ich also hier ne ich mein baust du das nicht mehr ich habe zwei ich habe zwei also das ist einzig gedacht hat ja noch eine bettung hier kriegt du bitte ich bin so behindert ich kenne jetzt noch granaten egal ich habe eins laut frei also ich kann irgendwas mitnehmen perfekter flieger wir machen ausrufpilot an ja moin oder hat noch ein test jetzt reden wir zum snipe oder so auf nach bitte keine gefahren ist das ist eine echt geile runde ansonsten mache ich loser Oh, warte, da sind Gegner rausgesprungen Ich bin einmal gehittet Na, da sind zwei Leute Hab den eingenockt, oh mein Gott Ich hab den eingenockt, oh mein Gott Ich hab den eingenockt, der arme Hab ihn Oh, was wird denn so gesteilt, Digga Was wird denn so gesteilt? Staling Grey so Oh mein Gott, Digga, die hätten so geilen Loot gehabt Digga, ich hab so schlecht, ich hab überhaupt keine Muniz Guck mal, Sniper-Muni und Stunge-Muni Sniper, Stunge-Muni Sorry, ich hab alles, warte, hier, Rockets Einfach alles gönnen Äh, ich slurp, keine Ahnung, brauche ich nicht Ähm, Greifer, ich lass es einfach hier Hast du noch mehr Rockets? Nein, ich hab ja alle meine Drops Das sind zehn Rockets, Junge, es reicht doch wohl Ja, warte Hier noch eine Siegel Äh, ich hab eine Ah, ich bin nie so zerstört, ne Äh, komm, Busflugzeug, lässt du weiter fliegen Ja, ich hab, ich hab Grappler genommen Hatte Minis? Nö Hast du Minis dabei? Dingern ist das, Digga Oh mein Gott, ich hab Schaden bekommen, Digga Ja, hast du mal easy ins Löffer nehmen? Ja, das ist übel slow Ne, komm, lass dir ein Flugzeug nehmen, das ist besser Das hat mehr Leben Alter, sehr gut Ja, ja, flieg du bitte, du kannst besser fliegen Fade und Graver GG Kannst, wenn ich nicht alle Kills gemacht habe Ich hab meine, ich hab geklögt Ich hab meine, ich hab geklögt Hehe Kaboom Warte Ha, 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 ha Ähm, Fahr mal wieder, wir sind schon der Sohn Alles fliegbar, meine ich Alles fliegbar, meine ich Wo sollen wir hin? Ähm Auf hier mal Da sind wir auch noch nach Gegner aushalten Das ist hier auf dem Berg, oder? Ja, oder, nächstes Mal weiter hier wäre auch ein bisschen am Rand der Zone rotierung, würde ich sagen, oder? Komm Ah Ich hab keine Ahnung von wo Der geht jetzt auf dem Berg rauf Ich geh um auf dem Berg rauf, aber lande das Flugzeug Shift, shift, shift Landen Shift Nein, lande, lande Lande Das wird die perfekte Landung Ich geh lieber raus Nein, 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 nein Nein Doch, 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 doch Geh raus, geh raus, geh raus Oh mein Gott Nein, hau auf, hau auf Es ist, es ist gut so Alter, ist perfekt Und jetzt baute ich mal an Eigentlich hat 1000 Holz Echt auch Ja, Mann Oder ich hatte bis zu den Zeitpunkt, wo ich, wo ich dann, wo ich das Flugzeug anbauen musste So, ich hab jetzt gar kein Metall mehr Aber ich hab noch 300 Steine Ja, Füftelsaber und du Null Das ist doch ein Flugzeug, lass das Flugzeug mal abballern Hallo Ballert das Flugzeug bitte ab Nein, die sind rausgesprungen Er ist da unten Oh mein Gott Ich hab einen gehittet, aber ist egal, lass ihn in Ruhe Ja, ich geh mit Sniper Ja, ich geh mit Sniper Hab einen, einen Hit gegeben oder einen Headshot Oh mein Gott Oh mein Gott, von wo denn Oh mein Gott Komm, Flugzeug Ey, der Spachstil, Digga Er hat mich so low gemacht, ich hau ab Oh, der ist bei den Bergen Oh, nee, Digga Junge, was für Hurensöhne, Mann Ich hab die S so spät realisiert Sorry Der hat mich so vom Berg runter gekriegt, Digga Hat mir ein VWI-47er Schaden gemacht Ja, ich hab den nicht realisiert Dann war einmal kam er runter Dann war in mir drin war dann einer Er musste ich Ich hatte da eine Falle Aber ich hatte gerade erstmal Ein Geschütz ausgerüstet Alter Wie ist er eigentlich runtergegangen? Keine Ahnung Ob er mal ist er gegen mich geflogen Dann konnte ich mein Fallschirm öffnen Hä, wie konntest du den Fallschirm öffnen? Keine Ahnung Ach ja Ich will dieses Glider Reploy wieder haben Ja, nur das Rüften geht zur Zone Das ist so dreckig, ne Ich hasse es Ist ja so ne geile Runde Ist ja so ne geile Runde Haha So geht's mir gerade Wir sind da immer noch Naja, wo denn sonst? Ich weiß nicht, ne Ja moin Ich halte direkt in meine Ehre Haha Das hat er komplett Junge Digga, habt ihr Aim-Bots? Einer geht Ach so, der Justus ist jetzt da Ja moin Digga Der geht 100 Aprizi Hallo Ja, alles klar Tchuuuut Digga, was ist das so krassig Weißt du was? Weißt du was? Weißt du nicht Ah, bester Mann Jetzt ist der Justus im Stream Ja moin Besser das als wenn er mich umbringt Digga Hahaha Ist so Hahaha Ja, zielt er Ohne, der zielt Hahaha Digga Bester Mann Okay, let's go Das war ne gute Runde, wir können auch so eine machen Ah, haha Haha Der gute alte Just ist da Warte einen Moment Nein Haha Was fällt dir bloß ein Mann? Dass du mich jetzt warten lässt Was ist? Was ist? Hm, okay Hahaha Hahaha Komm, jetzt mal einen Brin holen Ich muss ihn selbst nehmen Oh mein Gott, ich nehm den hier Nein, hör auf Hahaha Schnell Nein, die haben wir irgendein genommen Hahaha Nein Hör auf Lass den oder so Aber Hahaha Dann nehm ich Da Ah-ha! Oh ne, ich bin die Jyonda jetzt. Ist doch dein bestes Skin, was willst du? Stimmt. Was hast du gegen die Jyonda, Dig? Ah, mit Stress oder so. Ey, lass mal nicht im Eis-Dings landen, da ist safe, damit die Zone. Tilted? Wenn da jetzt die... Ja, cool, was soll reißen gehen? Hallo? 40er Bomb? Das war da. Ich finde da besser. Okay, na gut, komm. Lass es da hin. Ich bin so tief. Ich bin so tief. Ich fliege jetzt richtig geil. Äh, kommen in Maine. Ich bin so tief. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Alter! Bist du! Hier unten irgendwo. Wie ist ein Gegner? Komma. Irgendwie. Aber oder ist auch Gegner bei dir? Ja, ich hör nur Steps Ich komm runter Bei mir sind zwei Wir sind zwei, der Team hat ne Pump Ja, wahrscheinlich Komm zu dir Was machst du? Ich komm gleich runter und pumpen uns beide Jetzt kommen sie runter Nein, die sterben, die sterben Ja Let's go Oh mein Gott, Digga Last Fact, Double L Oh mein Gott Ach, lol, auf Main Auf Main Auf Main Auf Main, ja Auf Fake Bricks Ey, lass mal Fake da gehen Dieser Yonder Dieser Yonder Räge Ohoho, Bruder muss los Oh mein Gott, rein, von hinten In den Arsch Rein Komm, der ist schlecht Nein, Boombox, Digga Boombox, Digga Geilo Nein, der will mich finishen Ja, aber ich kann grad nicht tun Der kommt Nein, er kommt Versteck mich Digga, diese scheiß Boombox, ne? Ist er bei dir? Der checkt mich, dass man da nicht bauen kann Ah, er ist da Beide ich 15 Sekunden Haben wir gut gehittet? 15 Digga, dieser Schuchze Was? Schnell, Schnell Er ist so low Warte, wie low ist er? 8 HP 8 HP Willst du dich komplett hops nehmen? Der schlechteste Spiel auf der Welt Oh mein Gott, der ist so schlecht Spieler EU-West Egal, komm Och man Jetzt komm ich DJ Yonda Beste Skin Warte, wir nehmen jetzt Wir nehmen jetzt den besten Skin ever Was kommt jetzt? Nein, ich nehme die weltliche Version Da hat er eigentlich ein Backpack gemacht Ich glaube nicht Nein, ne? Aber wir können den von der 100 nehmen Nein, ich nehme dunkle Reisende Wirst du? Ja, ich bin dann auch der Skull Wenn ich nicht finden würde Welchen Backpack Ähm, welchen Backpack wollen wir nehmen? Den von dem Und dann Leihstifter Okay Ne, komm lass 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 anderen Backpack nehmen Ja, warte Und Flammen Und die runter Dingsspur Ja, ja, ja Hast oder Oder einfach das Wo man so runter Also diese Hast du Raven Backpack? Ja, habe Ich komm das beide Raven Backpack nehmen Okay, das soll ich Ähm, warte Dann lass mich den Leiter nehmen Warte, nicht der Der hier Und ja, Feuerspuren Okay, let's go Season 4 war das? Nein, 3 Es sind 3 Feelings Let's go Guck mal so'n Helm Oh, 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 oh Oh, oh, oh Was? Was? Call of the name Let's see Bum 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 was ist mit der nur noch mal klein ich weiß aber aber auch weil das geht so fett ist aber du die hacke spielen während du die agenten spielt das ist übel zu geil ich finde die folge ja das direkt fliegt von einfach an ok stell dir vor dass wirklich leute die landen genau man geht extra tiltet direkt nach unten zu main und fahrt dann anfang an das haus weg ich habe wenig was du machst du eigentlich schickst du ab du sprichst du springst ja zu dem skin ist die klein aber wenn es zu die agenten spielt das ist voll geil bist du bitte wasser abbauen ich bin oben ach du willst wirklich abbauen ich hab granaten ich hab granaten den europa hat ich komme runter ich komme runter ich werde schon wirklich in der fresse ich komme ich bin gleich bei dir ich habe granaten trägt minis und ich habe noch ein bg auf ich hatte mal gesehen das meine nein an seiner jahre gibt mir gut da muss los ich habe ich habe das beste er ist da oben junge doch ich habe ein jumppad soll mit den hochpusten irgendwas machst du nein das ist nicht so versteckt was es geht lass mich da unten abbauen die sind gerade alle oben ok ok komm ich werde erstmal granaten ich komme ich komme bei mir sind welche oder nicht bei mir aber da vorne bei diesen kleinen mini hüttchen sind welche da vorne bei diesen kleinen mini hüttchen sind welche so asozial die flottrigger umgecheckert kurz hier ist noch einer fuck man aaaaahhhhhhhh mist ich hab eingemockt aaaaahhhhhohoho schade egal er hat den scheiß verdrass gefunden ja lass ohne abbauen machen warte warte ein bisschen ja der ist tot Nice. Zenith ist so anders hässlich, ne? Das stimmt. Aber ich spiel jetzt den Skin, der ist richtig schön. Und ich sitze mit dem geilsten Backpack und mit der geilsten Hage. Ich hab das geilste Set. Ah, Bruder! Ah, haha, nice. Bruder. Bruder, wo ist los? Diese Kombi. Hahaha. Alter. Es ist so unbelastend, diese Kombi. Ey, Eli. Ja? Ja. Meine Skin Kombi, von 1 bis 10, wie willst du sie werten? Oh. Ist das schön, oder? Ja. Wenn ich diesen Skin töte, er wird so mad sein. Äh, lasst du Tilted nochmal, oder willst du Safe of Wind spielen? Ähm, ja, Tilted. Das war in der letzte Runde, danach war's keine Pause. 4, wie lange? 3, 4 Minuten. Okay. Ah, mit dem schönsten Skin enttilted. Ist doch nice. Das freut mich doch. Warum hast du den gekauft? Keine Ahnung, ich fand den damals auch geil. Und ich hab den schönsten Gleiter. Oh nein. Ah, Bruder. Ey. 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 Ey, ey. Ey. Ey, boombotzen wären auch übel krass dafür, ne? Bei mir ist ein Gegner, ich bin irgendwo gelandet. Ich könnte hoffen. Haha. Bestes Team, Digga. Mann! Ich hab zwei boombotzen. Ich hab gar nichts. Ich hab mad so in Verbände. ich habe ich habe ein revolver ich habe doch granaten ja ich komme zu dir ich habe nur sechs shooter ich komme zu main und ich habe granaten und so nein ich wurde hat abgewollert oh mein gott in mir drinnen alter hat er mich erschreckt ne ah noch einer bitte bitte nein ich habe bombocken geworfen ich habe noch eine runde geht hatte kommen bitte noch kurz ok dann ist ab 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 jo wer ist grad online wer gerade online ist schreibt bitte irgendwas in den chat irgend was ein halul ich bin's der keine ahnung wer guck gerade zu gucken jetzt leute zu egal wer seid ihr schreibt euren namen kurz rein oder irgendwas schreibt baumkuchen rein habe die schönste speaker der welt am start gerade finde ich das nicht so immer nach dem schönsten gleit am start ist doch schön oder moin ein six shooter nicht ihren ernst oder Das war's für heute. Okay. Yeah, I'm going. Okay. Okay. Gib mir direkt einen Hit. Ach man, ich konnte nichts tun, man! I'm crying. I'm crying. Aha, der Fliegen-Schocker. Der ist der kleine Go-Fee, der zuguckt. Und das Gnochen hinterhältiger Go-Danny schreibt. Der gute alte Fliegen-Schocker. Der gute alte Fliegen-Schocker. Ah, boah, er hat alles gestohlt. Du kleiner Goofy. Bam, bam, bam. Ähm, Wicke hat er offen. Nee, komm, ich geh mal hier hin. To my inner city. My city, bruh. Bruder, muss los. Bester Gleiter, Digga. Bin ich Lonely? Ja, let's go. Ach, der Lachen. So, almost los. So, ein bisschen Farmen. Ich mein, hier ist keiner gelandet, was eigentlich ganz geil ist. Aber, da kann jemand zu mir runterkommen. Also. Ich muss um achten, dass nicht jemand zu mir runterkommt, dann. Ich spielte noch in der Zone, das ist richtig gut. Das ist echt gut. Wir machen viel davon. Es... So, let's go, bisschen money. So, let's go. So, let's go. Oh, neue Shotgun, let's go. Okay, Rift to Ghost, kann ich dann auch einsetzen? Aber ich muss aber mit für die Granaten. Oh mein Gott. So, hier ist ein Gegner. Oh mein Gott, wo ist er denn jetzt? Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar, Digga. Was ist mit ihm falsch? Junge, warum? Digga, was ist denn das für Bots gewesen? Von mir ist kann jeder Spieler so sein wie die. Okay. Ich mein, die waren ja übelst gut, ne? Ich hab halt doch gesehen, wie krass die waren. Okay. 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 Mann, von wo wurde ich jetzt auch nicht gesnipet? Mann, von wo wurde ich jetzt auch nicht gesnipet? Ich habe keine Ahnung, wo ich den Typ abgeballern wollte. Aber okay. Von hinten irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ich wurde wieder weg geschossen. Ich habe keine Ahnung, von wo. Ich habe Richtung tiltet oder so. Da vorne ist ein Flugzeug. Ich werde ihn jetzt eliminieren. Ja, denkt er safe so? Ach komm, der hat mich nicht gesehen. Ja, ich habe einen Flugzeug. Ja, ich habe einen Flugzeug. Ja, ich habe einen Flugzeug. Wenn ich einen Eimer sehen würde. Alter, wo bin ich? Oh mein Gott, die Gaskett ab. Wenn ich einen Eimer in meinem Leben sehen könnte. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, da ist er rausgesprungen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde echt gerne zum Loot Drop gehen, aber hätte ich kein High Ground mehr. Aber hier ist halt eine ziemlich schlechte Posi. Ich habe so wenig Metzen, es ist so lächerlich. Eigentlich wollte ich die Taktik machen, dass ich Turtle, weil die Leute meist nicht drauf klarkommen. Ich habe so lange nicht mehr gemacht, ist die Sache. Aber ja, da braucht man halt viele Metz, aber da ich für 1000 Milliarden Metz in dieser Runde ausgeben musste. Der Zell für Sniper oder so. Der Zell für Sniper oder so. Da ist doch vorne einer. Oh, da sind noch zwei. Okay. 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 Was? Ich hab die Falle nicht mehr geplaced? Die Falle wurde nicht geplaced? Und ich verstehe mein Leben nicht mehr. Warum ist die Falle nicht geplaced worden? Ich hab ja keine Liebe zu lieben. Ich hab die Falle noch ganz schön tiltet. Und dann... It's a go. Ich hab die Falle nicht geplaced. Alter, wenn wir einfach noch 6 Liter gelebt hatten. Obwohl... So ne kleine Zone, da haben so viele Leute gelebt. Alter, ich kann meine Treppe nicht mehr ziehen. Ich bin... Alter Schwede. Heterodactylos. Alter, ich bin... Ich bin... Das war's. Okay. 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 Alles klar. Pura muslos. Pura muslos. Pura muslos. E-Li-Mann. Alter. E-Li-Mann. 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 Pupupuschen Ja Boopupupuschen Ja Ja Boom 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 BOOM! BOOM! ... ... Das war's für heute. Plesianti, Parke! Ist das okay für dich? Naah! Aaaaaah! Oh my gosh! Oh! You need to get out! Just jump, bro! I'm landing like a piece of shit! Alter, ich lande so schlecht, ne? Ich muss bei deinem Haus landen. Ein Haus, wo ich hingehen wollte, ist einer gut gelandet. Ich habe keine Waffe! Ich habe eine Bounce Pad! Alter, ich muss los! J-Jump Pad! Komm mit, verarschen! Hier liegt eine wahre Pistole! Wow! Wo liegt die? Da! Da unten! Da gab es nur eine Waffe! Komm das andere, oder lass hier pushen, das Tankstelle pushen! Im anderen Haus ist einer, aber ich glaube, der ist nicht so schlecht! Ja, keine Ahnung! Nimm noch eine Pistole! Beste Nut! Hier, rennen wir! Danke! Wollen wir zum Haus pushen? Luka, der ist sein da, der hat uns gesehen! Bei welchem? 210! Und beim Hausfilter gerade eben waren sie welche! Nicht rennen! Nicht rennen! Digga, bist du behindert? Zwei Leute! Links! Links und rechts! Chill! Links ist einer und rechts ist einer! Ja, ist überall! Dinger sind die schlecht! Die pieken halt übel schlecht, aber... Der rechts hat einen 31er-Hit! Du 31er! Ich gehe 31er! Roll! Loh! Loh! Zu behindert, alter! Loh! 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 Wenn er noch einmal... Ja, ich habe auch meine Wand kaputt zu schieben, ey! Wenn er noch... Wenn er noch einmal piekt, dann ist er tot! Oder er hat... Er kriegt dann zumindest einen Hit! Ah, okay! Dank dafür! Alter, es ist schlecht, man! Warte! Habe sein Maid einen 9er-Hit gegeben! Warte! 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 Ja! Soll ich mit... Komm zu mir! Ich kann Bouncepad nehmen! Wir können Bouncepad pushen! Ich habe auch Bouncepad! Dann lass mich Bouncepad pushen, oder nicht? Der ist auch schon! Hab ihn! Ah! Der eine ist oben! Ich habe nur 7 Schuss! Der ist auch schon! Der ist auch schon! Ich habe keine Waffe gehabt, man! Ich hatte keine Waffe! Wie viel hast du ihr hatte? Wie viel hast du ihr hatte? Alter! Ich hatte keine Waffe! 41! Scheiße! Ich hatte einen noch gefinisht! Aber die hatten beide einen Shotgun! Ja, ich hatte eine Waffe und die hatte noch 7 Schuss gehabt! Ich wollte gerade einen Shotgun nehmen! Nein! Bruder, muss los. Alter, kannst du noch mal Durst machen, bitte. Bitte mach noch mal Durst. Vielen Dank. Nein. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 es ist mobbing jedes mal ist die zunge als sonst wo können wir bitte mal eine runde gewinnen nur eine ich gehe kurz aufs klo ja mach das was ist okay bruder muss schluss das erdrückt aber nicht bereit das ist jetzt nicht sein ernst schluss 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 er Elie, 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 Elie. Elie, 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 El hallo aha aha ihr seid bereit noch ein oder zwei runden dann ist der stream auf damit ich oft dann bin ich einfach aus wir müssen jetzt gewinnen okay für den stream und Wie heißt du auf Dingens? Auf? Auf Dings, wo du Dings... YouTube Ja, genau Also, Try und dann ein H Try H Ja, genau Du musst uns nicht Try H betonen, ne? Was ist dein Hintergrundbild? So ein F Okay Danke dafür Sehr nett Zwei aktive Zuschauer Heftig Jetzt Spring raus Ihr Snobby einfach, weil du so lange gedauert hast Sorry Oh mein Gott, nein Die Zipline Oh mein Gott, das ist knapp Äh, noch ein Team Noch zwei Teams, das ich komplett hops nehmen Nee, nee Ich bin so behindert, ne? Ich flieg so scheiße Ja, bei mir ist... Ey, guck mal wo ich bin Ich bin so behindert Ich bin so behindert Alter, was machst du in dein Leben? Ja Also ich dachte schon, dass du irgendwie hart scheiße fliegst, aber so? Äh, noch ein Team Es ist halt schon belastend Es ist halt schon belastend, so So viele Leute kommen Ich hab zwei Jagdgewehre Bei dir ist einer im Haus, ist dir schon bewusst, oder? Ich hab ein Jagdgewehre für dich Ich hab ein Jagdgewehre für dich Und das ist noch ein Geschenk Aber draußen ist einer Daneben Ich hab zwei Jagdgewehre Ich hab jetzt Doppel-Sniper-Action Ist er bei dir? Ja, ich hab ein Minigang, nein Hallo Moin Da drüben war irgendwo einer Warte, da unten war noch Ah 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 Wow, ne Fama Danke Oh nein, Herr Nein Du musst dann Hier ist ein blauer Pop Komm Ja, okay, blau Pop Du bist eh Digga Oh mein Gott Von rechts Von links Irgendwann bau mich halt ein Ah Hast du gecheckt, dass hinter uns Leute sind? Was? Das sind Minis Ich hab schon Minis Nein, oh mein Gott Die sind da drüben Warte Da Pass auf, die haben die haben Quad Launcher Ah, da sind die Haben wir ihn gehittet? Ach, Digga Mann, ich kann nichts tun Unatterrät Er bleibt nicht Ja, wow Wow Ich war hinterm Baum Willst du dich komplett verarschen? Alter Warum landen so viele Leute richtig weit hinten in Snobby Seit wann denn das? Was? Ich war hinterm Baum Willst du dich komplett verarschen? Alter Warum landen so viele Leute nach Snobby Komm, letzte Runde Okay Die Runde wird jetzt safe gespielt Und warum landen so viele Leute nach Snobby Ich verstehe es nicht soll Ich hab nicht mehr man dem den hat schluss schluss ich krass Homero mit ci Clan Ah, ja. M, 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 wo am du hin? Lonely. Da kommt glaube ich noch ein Team, falls sie nicht in Paradise oder so gehen. Ach, ich lande wieder so schrecklich, weil ich gehe auf diesen Außenposten und komme dann. Hier kommt noch ein bisschen Außenposten, da kommt auch so eine Ideen. Ja, als wenn da jemand hingeht, Mann. Oh, ich habe eine Diegel. Hä? Ich habe noch kurz ein Biggie getrunken. Ähm, ich komme zu dir. Ich kann sein, dass da noch einer gelandet bin. Ich bin mir nicht sicher. Bei mir, bei mir. Ja, ich sehe es. Ich komme schon. Hat einen Hit. Bitte, danke. Habe ihn. Danke. Also, ich habe ihn gut gehütet. Das war eine Pump oder so. Ja, der hat eine Pump. Nice, danke. Danke. Ich bin gar ein bisschen Lust. Hast du ein bisschen Money? Hast du ein Pump? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hast du eine Pump. Es war eine Pump oder so. Hast du einen Pump? Hier ist ein Biggie. Trink den? Ja, wir sind. Wir müssen aufpassen. Wenn deiner war, ist hier noch ein. Ich nehme mich als Snipe, ne? Tschüss. Sehr Spaß hier, dann lass ich einfach suchen. Ja, lass uns zusammen bleiben. Der ist im Flugzeug, der ist abgesprungen, kann ich ihn holen. Wo ist er? Bei S. Jo, ich komm zu dir. Oh mein Gott, sehe ich da eine 490. Ja. Nice. Ja, lass auf diesen riesen Turm drauf gehen. Rechts von uns irgendwo Gegner, ich hab Schüsse gehört. Ich geh hoch. Ja, ich komm gleich mit einfach. Rechts oder zu irgendwo Gegner, ich hab da Schüsse gehört. Ey, wir sind... Wir sind... Wir sind nicht saugen. Wir sind fast so. Pass auf, was du da machst, wenn du da stirbst, dann... Ah, da hinten. Oh. Oh. Wenn man da feitet, Junge. Ach da, hä? Loll. Lass einfach mal zu dir gehen. Neu. 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 Jaa, ich komme zu dir. Neu. Neu. Check. Ne, ich bin nicht schnell. Diese Scheiße. Stark. Ja, ich... Ich hab den einen Eimer angenommen. Junge ist... Er war auf mir drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Hm. Alter, wie schlecht. Warum gehen da so viele da hinten hin? Sind zwei Teams da hinten. Junge ist einfach auf mir drauf. Dann bis morgen oder so. Oh, ciao. Ciao, Mann. Bye, bye. Alter. Alter. Jetzt hab ich schlecht mal rumgelassen. Oh, jetzt hab ich schlecht mal rumgelassen. Jetzt brah mich.